Heute 13 Uhr Telefonberatung, Blickpunkt Auge in Beratungsstelle, Blickpunkt Auge, Taste. Wenn Ulrich Butsch die mein Jena-App bedient, klingt das wie ein zu schnell eingestellter Plattenspieler. Der 55-jährige Jena verlor aufgrund eines Gendefekts vor 10 Jahren sein Augenlicht und kann nur noch verschwommene Randbereiche des Sehzentrums sowie hell und dunkel wahrnehmen. Schnell stellte er fest, dass die digitale Welt für Blinde und Sehbehinderte gewaltige Möglichkeiten im Bereich der Teilhabe bietet. Er begann, verschiedene Apps unter die Lupe zu nehmen und auf Barrierefreiheit zu testen. Dazu gehörte auch die mein Jena-App. Es ist so, dass ungefähr vor einem Jahr ist die App komplett überarbeitet worden. Und danach gab es mit der Schnittstelle zum Voice-Over richtige Probleme, das heißt, vieles wurde nicht mehr angesagt. Und das war eigentlich der Punkt, weshalb ich mich dann mit den Stadtwerken von der Frau Henschel in Verbindung gesetzt habe und so die Menge besprochen habe, um die ganze App auch besser zu machen und auch für uns zugänglich zu machen. Und das haben Ulrich Botsch und die Stadtwerke dann auch getan. Jeder Navigationspunkt vom Routenplaner über die städtischen Notrufnummern bis hin zu Wohnungsangeboten wurde vom Anwenderstammtisch auf Barrierefreiheit getestet. Per Voice-Over-Technologie wurden dann sämtliche Funktionen der App vertont. Seit Dezember ist sie für Menschen mit Sehbehinderungen im Betriebssystem iOS komplett barrierefrei nutzbar. Dazu hat vor allem der Anwenderstammtisch rund um Ulrich Botsch beigetragen. Solche Mithilfe ist für die App einfach ganz extrem wichtig und wir als Stadtwerke Jena sind sehr froh darüber. Gerade dieser Anwendungsfall hat gezeigt, die App Mein Jena hat eine hohe Reichweite hier in Jena. Und als dann eben die Hinweise kamen von Herrn Botsch an uns, waren wir wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und das Ergebnis ist ja, die App ist eben jetzt auch für Sehbehinderte besser nutzbar. Ich denke, es wird auch weiter Hinweise geben. Wir sind sehr froh über diese Hinweise und die Zusammenarbeit, die dazu beitragen, dass die App ja besser funktioniert. Inzwischen wurde die Mein Jena-App rund 100.000 Mal heruntergeladen. Etwa 3.000 Nutzer verwenden die kostenlose App täglich. Dabei sind lokale Nachrichten, Veranstaltungstipps und Routenplaner die am häufigsten genutzten Bereiche. Mit der Hilfe von Ulrich Botsch und seinem Anwenderstammtisch gelang es nun, die App zum funktionalen Alltagsbegleiter auch für Blinde zu machen.